Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf das Xiaomi Handy Redmi Note 13 mit 256 GB Speicher, das derzeit auf Amazon erhältlich ist. Dieses Smartphone hat bereits viel Aufmerksamkeit erregt und ich werde euch zeigen, warum es so besonders ist. Beginnen wir mit dem beeindruckenden AMOLED-Display des Redmi Note 13. Mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz sorgt es dafür, dass Videos und Spiele flüssig und störungsfrei aussehen. Die großzügige Größe von 6,67 Zoll und die gestochen scharfe FHD Plus Auflösung lassen keine Wünsche offen. Egal ob beim Streamen von Filmen oder beim Spielen von Games, dieses Display liefert eine herausragende Bildqualität. Ein weiteres Highlight ist das erstklassige Kamerasit des Redmi Note 13. Der Hauptsensor mit bis zu 108 MP sorgt für scharfe Bilder, selbst bei Aufnahmen aus der Ferne. Der dreifache Zoom ermöglicht es, Details ohne Qualitätsverlust einzufangen. Für alle Fotografie-Enthusiasten da draußen ist diese Kamera ein echter Game-Changer. Unter der Haube des Redmi Note 13 arbeitet der Leistungsstärke Snapdragon 685 Prozessor. Mit seiner fortschrittlichen 6nm Konstruktion bietet er eine beeindruckende Effizienz und Leistung. Egal ob bei komplexen Anwendungen oder anspruchsvollen Spielen, dieses Smartphone meistert jede Herausforderung mühelos. Der Akku des Redmi Note 13 ist ebenfalls bemerkenswert. Mit einer Kapazität von 5000 mAh und einer Schnellladefunktion von 33 W haben Sie genug Strom für den ganzen Tag. Keine Sorge mehr, dass der Akku leer wird, wenn Sie ihn am meisten brauchen. Das Design des Redmi Note 13 ist ein echter Hingucker. Mit seinem schmalen Rahmen und dem eleganten Look fühlt es sich wie ein Juwel in Ihren Händen an. Es ist nicht nur funktional, sondern auch stilvoll. Lassen Sie uns nun einige Nutzerbewertungen durchgehen. Daniel 88 schreibt, das Telefon war für meinen Sohn gedacht. Die Kamera macht einiges her und das Telefon ist wirklich flott. Der Ladezyklus ist extrem schnell abgeschlossen und das Handy sieht nicht nur toll aus, sondern erfüllt im Alltag absolut seinen Zweck. Bei dem Preis ist das Ganze regelrecht rekordverdächtig. Ich kann es nur jedem wärmstens ans Herz legen, wenn das Budget den Rahmen nicht sprengen soll. Kranzstack fügt hinzu, ich hatte bis jetzt ausschließlich teure Galaxies von Samsung. Das Redmi Note ist mindestens gleich gut, wenn nicht teilweise sogar besser. Fotoqualität perfekt. Dreifach-Zoom reicht im Alltag. Akku mit 5000 mAh hält ewig und hat auch Schnellladefunktion. Klare Empfehlung. Ich vermisse mein gestohlenes Galaxy technisch gesehen nicht. Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar. Andreas Wolf merkt an, Bedienung gegenüber Samsung-Handys etwas schwierig. Sehr viel Werbung und Sprachassistent sehr nervig, reagiert auf jedes gesprochene Wort. Deaktivierung bis jetzt nicht gefunden. Ansonsten aber gutes Handy mit langer Akkulaufzeit. Silvana Schulze sagt, für den Normalnutzer vollkommen ausreichend. Sehr gute Akkulaufzeit, schnelle Aufladung, gute Kamera. Vielen Dank. Giuseppe meint, sehr gutes Handy für den Preis heutzutage. Perfekt für meine Mutter mit 256 GB, einfach top. Segui G schreibt, top. Einfach zu bedienen. Alle Daten problemlos vom alten Smartphone herübergezogen. Akku hält lange. Kamera ist top. Mit der Auslöseverzögerung kann ich leben. Ist recht gering. Herbert fügt hinzu, bin sehr positiv überrascht über dieses Handy, hatte die letzten Jahre nur Huawei. Die Kamera des Redmi Note 13 ist richtig toll. Die Bilder von bester Qualität. Großer Speicher und ein schneller Prozessor machen alles perfekt. Wirklich gutes Smartphone für einen guten Preis. Die Lieferung war auch wie versprochen und problemlos. Alles top. Kana Christian sagt, ein super Smartphone. Mein viertes von Xiaomi und bin wieder mal sehr zufrieden. Sehr zu empfehlen, Xiaomi überzeugt mich immer wieder ein Produkt von Ihnen zu kaufen. Zusammengefasst bietet das Xiaomi Redmi Note 13 ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit seinem beeindruckenden Display, der leistungsstarken Kamera, dem effizienten Prozessor und dem langlebigen Akku ist es eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein hochwertiges Smartphone zu einem erschwinglichen Preis suchen. Wenn Sie also auf der Suche nach einem neuen Smartphone sind, klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um das Xiaomi Redmi Note 13 auf Amazon zu kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.